Willkommen zum 24. Internationalen Begegnungsfest. Ich freue mich, dass schon einige da sind. Ja, hallo! Wir wünschen uns natürlich, dass sich das noch füllt. Wir freuen uns aber schon über alle Gäste. Wir haben ein tolles, buntes Programm. Ganz viele verschiedene leckere Spezialitäten. Können Sie sich ja mal umschauen, sehen, was es zu essen gibt. Drinnen gibt es Kuchen und Schmuck auch zu kaufen. Und deshalb freuen wir uns heute auf das Fest. Anfangen werden wir mit African Percussion. Die Gruppe Balan Dugu besteht aus sieben bis zehn Personen. Heute werden sieben auf der Bühne sein. Balan Dugu ist eine Stadt in Mali, in der ein bekannter Djembe-Spieler geboren ist. Und die Gruppe ist so seit ungefähr vier Jahren zusammen, haben sich über die Jahre zusammengefunden, und proben einmal die Woche im SGG. Die Leitung übernimmt Oliver Hübinger. Er hat seit Jahren Erfahrungen in afrikanischen Workshops gesammelt. Und deshalb freuen wir uns jetzt auf die Gruppe Balan Dugu. Ich bin gleich wieder weg. Grüß dich. Aber hören du siehst, gell? Dann bin ich zufrieden. Dann bin ich ja zufrieden. Dann bin ich ja zufrieden. Ich bin gut. So. So. Das war's. 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 Das war's.